Meine Damen und Herren, wir sind soeben am Flughafen Köln-Bonn gelandet. Normale Menschen würden jetzt so lange angeschnallt sitzen bleiben, bis die Maschine zum vollständigen Stillstand gekommen ist. Da ich aber die meisten von Ihnen für hyperaktive Vollidioten halte, können Sie gerne jetzt schon aufstehen und Ihrem Nachbarn Ihren Arsch ins Gesicht strecken oder Ihrem verschissenen Chef per Handy das vergeigte Meeting schön lügen. Wir werden trotzdem die Türen aus reiner Boshaftigkeit erst in 10 Minuten öffnen. Vielen Dank. Vielen Dank.